Warum bist du der nächste Pasta? Ja, voll viele Leute haben gesagt, dass ich eine geile Stimme habe und ich wollte es mal ausprobieren und schauen, wie das wird und was rauskommt. Ich finde die Musik voll toll und würde mich irgendwie darin leben in der ganzen Industrie und so weiter. Also schauen wir mal, was wird. Also warum? Weil ich sehr gut singen kann. Weil ich daheim immer singe. Singen ist alles für mich. Warum denn nicht? Versuchen kann man es. Ich wäre der Superstar, weil ich mein Talent der Welt preisgeben möchte, weil ich Musik, Musik ist mein Leben, meine Leidenschaft und mit Musik bin ich eben zu dem geworden, was ich jetzt bin. Und begleitet mich schon von klein auf. Aber ich kriege dann meine echte Meinung, ob ich unter der Dusche bin oder doch in die Öffentlichkeit. Hast du den Versuch? Ich probiere es einfach einmal. Ich habe keine wirklichen Ziele. Jetzt schaue ich, was es ist und dann sehe ich, wie es weitergeht. Okay. Is it possible, Mr. Loverboy? It's already in my life. Thank you. I go from there every day, he'll lose myself in time. I could ever go, oh no, 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 there's no way. No, 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 no way I'm living without you. Oh, miss the eye of the mountain blow. Keep careful watch of my brother so. Bye-bye. 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 Vielen Dank.